So, 1650 Euro, das nenne ich mal eine Steigerung. Das ist, ja, ich bin auch ein wenig sprachlos, was da heute passiert ist. Ich habe mich umgeredet und auf einmal, zack, schade, krass, Respekt. Und ich muss auch sagen, der Respekt geht nicht nur an ihr, die gespendet habt, sondern allgemein an unsere wunderbare Community, weil das, was wir auch an zuschauen und keine Ahnung, was da passiert ist, das war nicht nur zack, das war eine richtige Explosion. Und da muss man echt sagen, wow, wir sind so massiv sprachlos gewesen. Und da müssen wir wirklich nur sagen, Chapeau und vielen lieben Dank dafür, weil ich glaube, in Worte kann man das gar nicht fassen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, weil das war wirklich Liebe pur, könnte man fast sagen. Ja, also heute war wirklich ein sehr verrückter Tag. Viel ist passiert. Ich habe heute noch gesagt, so ja, ist eher ungewöhnlich, dass man PBs oder so auf Speedrun-Events macht. Und ich bin des Lügens sehr gestraft worden mit zwei Weltrekorden und einer Personal Best, die kurz danach gefallen sind. Ja, also ich glaube, ich werde dazu sowas nie wieder sagen. Dann werde ich immer des Lügens gestraft, so ein Mist. Ja, das muss man wirklich sagen. Da auch unser nächster Dank an unsere wundervollen Runner, die nicht nur wirklich ihr Bestes gegeben haben, sondern das auch nochmal in einer glorreichen Art und Weise übertroffen haben, die dafür gesorgt haben, dass wir hier sehr viel gelacht haben, aber auch sehr viel gestaunt haben. Und das sind Sachen und Dinge, die man erlebt, die normalerweise auf großen Events und hofft und freut sich immer, wenn sie auch in kleineren sind. Aber das, was ihr hier geleistet habt heute, ihr habt uns so dermaßen vom Positiv übertroffen, das verdient wirklich einen Applaus für alle. Daher würde ich jetzt sagen, das komplette Team bitte einmal Applaus für alle, die hier mitwirken, an Fans, an Community, an alle. Ich glaube, die Jungs sind alle auch mittlerweile sehr müde nach ganz vielen Stunden. Dementsprechend möchte ich es ja auch gar nicht so groß weiter in die Länge ziehen. Ich sehe hier schon sehr müde Gesichter. Ich bin selber auch sehr müde und ich freue mich sehr schon auf morgen. Ja, vielen Dank für alle, die heute dabei waren. Morgen geht es weiter und natürlich, wie gestern, wird es gleich nochmal eine Wiederholung geben vom heutigen Tag. Und ja, auch vielen Dank an den spanischen Restream. Thank you very much, Restream España. Thank you very much. Und ja, wir sehen uns dann morgen früh wieder. Und ich würde sagen, schlaf gut und bis morgen. Bis morgen, auch nach Spanien. Europ Glatis und bis morgen. die Michaels in die